Hallo und Willkommen zurück zur letzten Woche Einfach ein bisschen Staffel 3 Im Wettentat haben wir die Gegenteil ausgebildet und unser Haus im Livestream gebaut und das ist bisher getan Ganz wenig gesehen hat, hier einmal eine kleine Umführung Hier haben wir die Blitzer angeklatzen, wenn wir das täglich tragen Aber das ist ein bisschen mehr gelungen. Hier sind wir die Blitzung des Blitzung für den Ober capitalvollen Und wir haben sie die Blitzung für den Oberkawir und die Blitzung Die Blitzung, die Blitzung, die Blitzung des Blitzung ausgewertig sind. Die Blitzung sagt die Blitzung eine kleine Blitzung. Auf der sich ausgewertig ist, die Blitzung durch die Blitzung dankbar ist, Das war's für heute. So, und ja. Ich habe auch gedacht, wir haben da nicht zu viel Arbeit, das gerade auch gut zu bauen. Und ja. Die hintere Tür wird dahinter aus der Ausgangsbahn. Eine Brücke zum Haupteingang. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir den Hintereingang auf Mostas verbinden wollen. Und ja. Mit dieser Folge wollte ich auch oft sagen, die Pause von Microsoft Pocket Edition ist vorbei. Aber jetzt wird es wieder regelmäßig kommen. Bier gemäßig weiß ich jetzt leider nicht. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Das war am Anfang schon mal gar nicht so schlecht. Öffentlich jetzt. Und ja. Und das hat jetzt sogar super gereicht. Ich finde, die Brücke hat was. Finden wir nicht? Öh. Tschüss. Das war's. 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 Das war's.